Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Tengshurath of Heaven. Und genau, wir waren hier beim letzten Mal, also ich mache hier direkt weiter, wir waren hier beim letzten Mal in dem Buda-Tempel und sind da entkommen. Und genau, jetzt sollen wir Sekia, den Berater von Fros Goda dort befreien. Ja, da würde ich sagen, machen wir das doch direkt mal. Äh, ja, was ist das denn? Ah, das ist doch sehr interessant. Schaut mal hier, diese Schwerter, ne? Kazumi and Shizuku, Use Life to Kill It. Die brauche ich nicht, ich glaube, da sind keine Zombies. Das wird mit Giftschwertern, das ist doch interessant, oder? Schaut euch das mal an. Ja, wie gesagt, und den Giftreiß habe ich heute mitgenommen, ich habe ja noch kein Blasrohr. Das ist blöd, aber egal, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier rumpadabern, fange ich erstmal an. Und ja, genau, wir waren im Buda-Tempel, habe ich wie gesagt. Ah, wenn wir uns verlaufen, sollen wir in den Himmel gucken, okay. Und Items zu unserem Vorteil nutzen, ja, das ist, ja. Genau, so, dann schauen wir mal. Ja, genau, das funktioniert doch besser, weil beim letzten... Ah, da ist doch direkt einer. Beim letzten Mal, da war, ja, da hatte ich so irgendwie so Grafikliches drin, deswegen versuche ich das jetzt nochmal aufzunehmen. Ach, das ist das Level mit der lustigen Mucke hier. Genau, da gucke ich gleich mal drauf, aber erstmal den Gegner da hinten killen. So, wo ist denn der hier? Was macht denn der? Der ist doch da unten, ne? Genau, da ist er doch so. Wenn ich jetzt so mache... Und dann direkt, zack, haha, so muss das sein, Alter. Hier doch, genau, die geile Mucke. Die Mucke ist so geil hier. So, was haben wir denn hier? Ist das jetzt ein Zombie, oder was? Ne, ah, das sind diese, diese Eierbriers. Aber die geht irgendwie komische Route, keine Ahnung. Egal, wenn die jetzt das nächste Mal hier hinkommt, kann die erstmal den Gift reißen. Oh Gott, das ist zu nah. Das ist zu nah, holen wir schnell und geh zurück. So. Moment, dann schmeiß die mal da hinten in die Ecke. So, genau. Und geh ein bisschen zurück. Dann warte ich jetzt auf die ab. Ja, genau. Ja, wie gesagt, also... Ich bin hier wieder bei Tingschuh. Montagnachmittag. Was macht die denn da hinten? Ach Gott. Ja, und bei euch so? Alles gut? Oh Mann, ey. Kommt doch zurück. Die dritte da hinten, ihre Runden. Keine Ahnung. Wie setzt die denn da... Doch, alles ist gut. Warum sagst du, dass irgendwas nicht stimmt? Wie soll ich sie denn kriegen? So, jetzt, oder? Yes! Da habe ich dich. So, weg mit dir. Ohne Giftreiß. Okay. Yeah. Ah, Moment mal. Da ist ein Heiltrank. Geil. Okay, sehr schön. Oder was ist das? Ach. Das war mein eigener Giftreiß. Okay. Ich glaube, hier draußen, das ist... Reiner Bonus diesmal kann das sein. Weil hier bin ich ja mit Rekimaru damals hergekommen. So, erst mal ein bisschen beobachten. Und... Ja, genau. So. Da ist der nächste Typ. Ist hier noch irgendwas? Nö. Okay. Ah, nein. Jetzt kann ich wieder hier so lange warten, oder? Aber das ist ja bei dem Spielen so gewollt, ne? Man soll ja warten. Deswegen, ja. Gibt es eigentlich vom Spiel her nicht viel zu berichten, ey. So ein Thema, was mir jetzt gerade noch so einfällt, was in letzter Zeit halt sehr häufig aufgegriffen wurde, ist halt... Ja. Artikel 13, ne? Ich glaube, ihr habt es gehört. Ähm. Der ist wohl durch, der Artikel 13. Das heißt... Für Let's Player wie mich, äh, heißt das möglicherweise ein baldiges Ende. Aber ich muss jetzt erstmal hier gucken, damit es nicht... Kein Ende mit mir gibt. Ah, was denn? Scheiße. Ah, fuck. Hä? 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 Ach, da ist so eine Töle. Oh, Mann. Okay. Egal. So. Wie mache ich das denn next? Ja, wie gesagt, Artikel 13. Äh, schreibt mal in die Kommentare, was ihr drüber denkt. Äh, also ich glaube, da geht noch was. Für unsere Freiheit. Wie gesagt, also... Und dann am 26.03. auf jeden Fall. Keine CDU wählen, ist klar. Ja. Damit halt so Content wie meiner ist, ist halt auf YouTube bleiben kann. Weil das wäre sehr schade, wenn ich das mein Hobby deswegen aufgeben müsste, ne? So, da hinten ist der nächste Gegner. Da muss ich auch hin sowieso, also... Da geht nix drum rum. Was macht denn die Töle jetzt da? Die ist da hinten. Und die kommt wieder hier hin. Oh, Mann, ey. Ich brauche den Giftreiß aber noch für die Gegner. Hm. Wie soll ich die da kriegen? So, dreht er sich jetzt rum, oder was? Ich gehe mal so. Was ist denn hier noch? Nix, okay. Boah, wie soll ich das denn machen? Das ist aber knifflig hier. Das ist extrem knifflig gerade. Äh, kann ich hier nicht irgendwo hoch? Moment, ich warte jetzt erstmal, bis der Hund noch kommt. Der habe ich eben entdeckt, dieser Scheißhund. So. Ah. Mensch. Okay, und jetzt? Und weg mit dir! Nein! Hä? Was? Ich habe den gekillt. Hallo? Hallo, was? Was machst du? Wieso kann ich nicht... Oh, Gott. Ich habe den doch gekillt. Was soll das? Sterben die nicht mit einem Schlag, oder was? Jetzt habe ich ja wieder so eine Scheiß-Ninjas an der Backe kleben, ey. Oh, Mann! Ich dachte, die sterben direkt. Oh, das ist doch schon wieder... Ich sehe dich. Hm. Was soll die Scheiße? Da denkt man, dass die Hunde direkt sterben, wenn man die... Es fängt doch schon wieder blöd an, jetzt mal ehrlich. Die sterben nicht mit einem Schlag. Was macht der denn da? Äh. Hallo? Was macht der da jetzt? Oh mein Gott! Alter. Oh. Aufpassen, jetzt! Wie ist der? Der dreht sich nämlich rum. Ah. Geh jetzt weg. Geh weg! Wenn der sich jetzt wieder rumdreht, dann... So. Hör auf deine Hampelein dazu machen. Was ist das? Das wird mir jetzt zu blöd. Oh, Mann. So. Da muss ich jetzt aufpassen. Ah, der isst den jetzt eh. So. Und... Und... Nein, nicht essen! Ich glaub, der isst schon weg, der Reftreis. Fuck. Ich hab kein Giftreis mehr. Ich habe kein Giftreis mehr. Oder? Ne. Ist weg. Shit. Scheiße, ey. Ja gut, ist egal. Der Stealthkill ist es wert gewesen. So, jetzt hol ich mir diese Scheißtöle da. Oh. Wo die nicht direkt stirbt. Wenn ich die angreife von hinten. Was soll das denn? Einmal kurz... So, jetzt aber... Geh doch sterben! Warum geht ihr nicht sterben? Dieses Drecksvieh. Ey. Hä? Ich treff das nicht. Ich treff das nicht. Keine Ahnung warum. Hä? Was soll das? Ist das ein Untoter oder was? Ist das ein... Ey. Ey, der killt mich gleich. Hallo? Was ist mit dem Hund los? Was ist mit dem Hund los? Boah. Wieso habe ich den nicht getroffen eben? Ich habe den tausendmal angegriffen. Aber das war es hier auch schon, hä? Mehr gibt es hier nicht. Ich hoffe ja, dass es da oben ein Item oder so gibt. Irgendwie Blasrohr oder so. Das wäre jetzt geil. Tch. Ja, der Anfang war wieder scheiße. Muss ich einfach gleich mal gucken, wie sich das jetzt hier weiterentwickelt. Also wenn ich jetzt noch jeden kriege, dann könnte das noch was werden. Aber ich glaube, es zählt ja jedes einzelne mal entdeckt. Was war das für ein blöder Hund? Jetzt mal ehrlich. Der, der nicht, äh... Der, der nicht direkt stirbt, wenn man den das von hinten killt. Also was... Was das sollte? Keine Ahnung. Ja, da bin ich hergekommen. Dann muss ich jetzt hier rein. Alles klar. So, hier war ich ja beim letzten Aufsch... Bei Rikimaru auch schon. In dieser Höhle. Da gibt es ja zwei Wege, ne? Genau. Und in die Richtung ist auch ein Gegner. Oder was? Ja. Moment. Boah, ist das spannend, ey. Noch so ein scheiß Köter. Ich glaube, ich schmeiße dem einfach jetzt eine Granate ins Gesicht. Wenn der sich rumdreht, dann mache ich einfach keine Kompromisse mehr. Dann schmeiße ich dem jetzt eine Granate ins Gesicht. Oh man, nicht getroffen. Da, doch getroffen. Geil, okay. So, blödes Vieh, Alter. Da habe ich jetzt keinen Bock mehr auf Kompromisse da oben. So, da oben ist ein Item. Sehr schön. Ninja Wiedergeburt. So muss das doch. Ah, Moment. Oh, hier ist eine Abkürzung irgendwie. Oder ist das ein Abgrund? Das ist ein Abgrund, oder? Nicht machen. Geh bloß weg. So, dann muss ich mal gucken. Genau, die geile Mucke hier. So, und... Boah. Fucking Abgründe hier, eh, wirklich. So. Langsam vorpirschen. Hier haben wir doch irgendwo einen. Da! Da ist noch einer. Moment mal. Da ist noch einer gewesen. Hier war einer auf 60 und das war nie im Leben der. Der ist dahinter, alles klar. So. So, dann muss ich mir jetzt erstmal hier einen Überblick verschaffen. Da! Da ist eine Frau noch. Ich muss mich irgendwie hier oben verstecken. Wenn die sich rum... Ah! Nein, 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 nein. Nein! Hä? Wer denn? Was? Was? Wie haben die mich denn jetzt entdeckt? Wollen die mich verarschen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt muss ich kämpfen, oder was? Nee, komm. Nein. Haut doch an. Wie hat er mich entdeckt? Ich war doch hinter dem Ding. Wie hat er mich entdeckt? Wie hat er mich entdeckt? Ich frage mich echt, wie er mich entdeckt hat. Hä? Ich war hinter dem, hinter dem Berg da. Wie konnte der mich sehen? Wie konnte der mich sehen? Das Spiel ist manchmal wirklich verbuggt, kann das sein? So, und die Frau hier hinter, die macht mich ganz kirre jetzt. Oh Mann, wie soll ich das denn machen jetzt? Ich weiß ja nicht, wie die sich dreht, weil der Typ da hinten nämlich ist. Genau der. Boah, das ist fast unmöglich. Ich muss irgendwie jetzt... Irgendwie das machen, dass... So, da ist die Frau da hinten. Hau doch ab! Oh. Ey, da ist... Alter. Alter! Hä? Oh Mann. Ist noch einer gewesen. Oh, ich hab Sound... Ich hab irgendwelche Lags, okay. Alter. Oh Gott! Ja, toll. Hä? Was? Was? Warum? Ich hatte doch nie wieder Geburt. Och, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Mann. Das ist echt schwierig, das Spiel. Also, muss ich echt sagen. Na, ich würde sagen, Leute. Ich spiele nach. Bis dahin. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier gleich wieder. Also, bis gleich. Ja, hallo zusammen. Da bin ich wieder. Äh, ja. Ich hab jetzt wieder bis hierhin gespielt. Hab alles genauso gemacht, wie auch vorher. Ich wurde auch wieder entdeckt. So, ist klar. So, ich muss jetzt mal gucken. Wenn die sich da umdreht... Und der auch... Nee, das... Nee, nee. Nee, nee. Ich muss echt aufpassen, weil die sehen mich anscheinend durch den Berg hier. Ja. So, dann muss ich jetzt den richtigen Moment abwarten. Ja. So. Und die Tussi da hinten sich jetzt mal rumdrehen würde. Die dreht sich nur hier hin. Die dreht sich nur hier hin. Ja, ja. Okay, also muss ich mich da hin rollen. Zu dem, okay. Ich verstehe. Aber wenn ich den dann kille, dann ziehe ich mich auch. Soll ich das jetzt mal probieren? Ich probiere das mal. Komm. Komm. Und ist! Oh, geil! Den hab ich schon mal. Oh, 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 oh. Okay. So. Boah, ist das schwer, ey. Ah! Ah! Oh mein Gott. Ja, die krieg ich nicht von hier. Die krieg ich nicht von hier, ne. Oder? Moment mal. Auf 50 kann ich ja, ne? Genau so. Hä. Ah, da ist der andere. Okay, ich verstehe. So, wenn ich jetzt irgendwie... Ah, ja, von hier. Genau, okay. Ah, ich weiß. Nein, 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 nein. Geh weg. Und jetzt von hinten. Ja, ich weiß, das hat pervers angehört, aber... Ich weiß, was... Ihr wisst doch, was gemeint ist, oder? Einen Moment, ich guck mal gerade, ob der das aufnimmt. Ja, er nimmt das auf, sehr schön. Okay, alles klar. So. Das lief doch wesentlich besser als beim letzten Mal. So, da ist ein Gegner da hinten. Ja. Du riechst Blut, okay. Ja, kannst du gerne machen. Ist mir scheißegal, was du riechst. Puh! Oh mein Gott. Ah! Ah! Ah, der hat mich entdeckt. Ah! Wichser. Dieser Penner! Ah, dann kill ich den jetzt halt so. Ah! Ich muss mich mal echt mal konzentrieren hier. Ich muss mich bei diesen Gegnern immer extrem konzentrieren. Sorry, wenn ich dann ein bisschen ruhiger bin, aber... Die sind halt nicht ohne. Und wenn man da nicht aufpasst, dann stirbt man halt auch ganz schnell. So, dann machen wir das mal so. Ich kriege ihn mal hier rein. Ja, jetzt habe ich einen halt verkackt. Äh, muss ich mal gucken gleich. Wie ich das ausgleichen kann hier. So, hier ist ein Heiltrank. Nimm den bitte. So. Aber irgendwie, was? Irgendwie komme ich hier nicht mehr raus, oder was? Wo bin ich jetzt? Hä? Wo bin ich hier gelandet? Hallo. Okay, ich glaube, da geht es schon weiter, oder? Was ist das? Nee, das ist noch die richtige Richtung. Ich will nämlich hier jetzt definitiv alle killen, hä? Und ich habe keinen Giftreiß oder so. Das heißt, es wird ein sehr ehrgeiziges Unterfangen. Was ist denn hier? Ah, okay. Schaut mal da. Da! Okay. Alles klar. So, den hätte ich eigentlich gerade kriegen können. Äh, so. Sekunde. Abwarten. So, jetzt. Jetzt. Ja. Höh! Ohohohohohohoho. Alter! Ohohohohoho. Das war... Das war knapp. Puh. Okay, hier ist ein Abgrund. Das sehe ich auf der Map. Pfff. So. Oh Gott. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Komm ich da so hin? Nee, das lasse ich lieber. Da ist sowieso keiner. Nee, 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 nee. Da riskiere ich jetzt nichts. Äh. Ich gehe einfach zurück und den anderen Weg... Das war auch, glaube ich, der, wo ich hin muss, hä? So. Mal zurück. Wieder hier durch. Einmal durchkriechen. Das war, glaube ich, der Bonusbereich hier. Ja, ja. Das war nämlich eine ganz andere Richtung, als weil, wo ich hin muss. Ich muss nämlich hier geradeaus weiter. Nämlich hier. Oder was? Ah, nee, oder? Nee, hier war ich. Hier war ich, okay. Nö. Da, open. Genau, da, open. So. Mal jetzt mal diese Frau da. Die geht weg, okay. Sehr schön, dann bist du schon mal weg. Alles klar. Die war wieder ein bisschen einfacher. Nein! Oh Gott! Oh, ich dachte, das wäre ein... Oh, fuck. Ich dachte, das wäre ein Abgrund. Oh Gott, hier ist ein Geräusch. Das Geräusch kenne ich noch von Rikimaru. So, gehen wir da hoch. Ist das so ein Geist? Nee, okay. Das ist ein Gegner. Ein ganz normaler Gegner. Okay, und? Yes! Geil! Okay. Sehr schön. So. Ah, die Zeichen voll. Geil. King, Zhang, Zhang. Ja. Bin ja mein Control. Was ist das nochmal? Ach so, ja, das ist so eine... Ja. Oh Gott. Was ist denn das hier? Ist hier was... Ah, hier ist was hinter, okay. Aber soll ich erstmal hier unten hin? Das mache ich, glaube ich, sogar zuerst. Erstmal runter hier. Weil dann ist doch bestimmt einer. Oder was soll. Ah ja, ja. Nein! Nein! Ist ein Abgrund gewesen wieder. Mann! Mann! Naja, Freunde. Ich sag mal bis gleich. Also ich spiel das jetzt wieder nach. Und dann schauen wir mal. Okay? Also bis gleich.